Herzlich Willkommen bei 21.BauTV Also das ist doch echt ein Novum 4 Pumpen an einer Stelle Ich hatte schon mal ein Video mit 4 Pumpen am gesamten Bahnhofsbereich im Einsatz, aber dass sie für dieselbe Stelle pumpen, das ist neu und ich habe schon mal ein Video mit Also eine Pumpe steht vor, eine dahinter, eine hier oben und eine unten im U-Turn, der auch als Baustellenlogistik-Zufahrt oder später Rennungszufahrt genutzt wird. Die Pumpe steht vor, dass die Pumpe steht. Ich versuche noch einen Schnappschuss von der Jägerstrasse aus zu kriegen. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Ciao.